Hallo, mein Name ist Barbara, ich bin seit vorigen Jahren im November bei Schenken mit Sinn und habe als Transitarbeitskraft angefangen, habe dann Pakete verpackt, habe Sendungen weggeschickt und mittlerweile habe ich die Chance bekommen, dass ich übernommen bin und den Arbeitsbereich von Schenken mit Sinn leiten darf. Es war eine sehr große Chance für mich, am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, was nicht so leicht war, aufgrund meines Alters und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bringe sehr gerne meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse, was ich in meiner langjährigen Berufskarriere schon erfahren durfte, da ein und arbeite sehr gerne mit dem Durantin.